Weiter geht's bei CitySkylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute machen wir weiter mit einem Haufen Wohngebieten. Deswegen bewertet ihr den Part und viel Spaß. Ja, letztes Mal haben wir ja dieses Grid hier gebaut. Wir haben einige U-Bahn-Haltestellen gebaut und die U-Bahn ist auch echt gut. Und vor allen Dingen, was ich nochmal zeigen wollte, ist, dass unser Gebiet hier, wie hieß das noch gleich? Industrielle Revolution. Sobald es eine höhere Stufe erreicht, so wie das hier, sieht das Ganze auch nicht mehr so altertümlich aus, sondern relativ neu. Das geht noch eine Stufe höher und dann sind diese ganz alten Gebäude halt weg, sobald die zweite Stufe erreicht ist. Und das ist quasi die industrielle Revolution. Und dann passt das Ganze auch besonders gut hier rein und nicht wie diese Backsteingebäude. Klar, kennt man die auch aus, also in unserer Stadt haben wir super viele solcher roten Gebäude, die industrie-technisch irgendwie aufgeblasen wurden. Und dann nehmen sie dann auch solche Hallen und ja, nochmal ganz kurz dazu. So, wir werden jetzt folgendes machen. Ich habe hier auch einiges an Wegen gebaut und wir werden jetzt langsam dieses Gebiet hier füllen. Zum einen wollte ich ja hier Wohngebiete hinmachen. Klar sind die Autobahnen nah und wo wir gerade bei Autobahnen sind, da sollten wir die Autobahnen auf jeden Fall auch mit Schallschutzwänden ausstatten. Wenn ich sie finde, dreispurig Schallschutzwände, wie haben sie? Machen wir zumindest dann hier erstmal hin. Entschuldigung. Und auf der anderen Seite dann auch. Und ja, machen wir hier weiter. Also überall jetzt nicht unbedingt, weil die sind halt auch ein bisschen teurer. Aber da zumindest, wo wir Leute wohnen lassen erstmal. So, Schallschutzwände am Start. Hier ist Industriegebiet, da müssen keine Schallschutzwände hin. Da ist auch Industriegebiet. Hier sind wahrscheinlich keine Wohngebiete und da sind wieder Schallschutzwände. Okay, passt alles. So, jetzt können wir sagen, passt auf, hier hätte ich gerne große Gebäude. Hatte ihr vorhin vielleicht nicht. Aber da auf jeden Fall große Gebäude. Die Leute können auch direkt hier hinlaufen zu einer U-Bahn-Haltestelle, was sie auch später machen werden, auf jeden Fall. So, dann große Gebäude, große Gebäude. Da auch noch hin. Hier könnte man vielleicht Einkaufsläden machen, wo die Leute so ein bisschen shoppen gehen können, gerade an der Straße. Die Straße wurde jetzt auch aufgeblasen zu Fahrradwegen. Weil ich gesehen habe, dass super viele Leute immer mit dem Fahrrad unterwegs sind und auch in die U-Bahn reinfahren, wenn sie halt mit dem Fahrrad da vorbeifahren und mit der U-Bahn fahren wollen. Ich meine, ist ja nichts Schlimmes. Man kann Fahrräder ja in offiziellen, offiziellen, in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Aber ist halt ein bisschen blöd, wenn man mit dem Fahrrad die Treppe runterrast. Kann ich auch nicht empfehlen. Und wir sehen, hier ist noch ein Stück, was nicht, ich weiß nicht, warum da keine Gebiete sind, aber alles gut. Da machen wir jetzt mal ganz kurz den hier hin. So. Pillermott hier hin, das weg und weiter geht's. Da entstehen jetzt die ersten Gebäude, die wir sehen können. Da brauchen wir wahrscheinlich auch in dem Gebiet, machen wir glaube ich direkt hier hin, eine Schule. Klar, jetzt haben wir noch genug Kapazität, aber ich könnte wetten, wenn hier ein paar mehr Leute einziehen, geht's ab. Eine Schule. Also das war eine Grundschule. Dann hätten wir noch eine Oberschule, die ist da hinten. Die lassen wir jetzt erstmal so, wie sie ist. Uni auch, eine Bibliothek hätte ich gerne noch in der Ecke. Da ist eine. Hier fehlt noch eine. Ist jetzt kein Muss, by the way, aber gibt so einen kleinen Boost. Ich glaube, ich mache hier einen gegenüber von den Schulen, eine hin. Und ja, eigentlich hier in der Mitte noch, ne. Vielleicht sollte man sich davon auch noch ein paar andere Assets runterladen, ne. Sonst hat man überall dieselben Bibliotheken stehen. Genau, Bibliothek am Start, das andere am Start, äh, Krankenwagen, Feuerwehr ist da hinten ja auch. Die, ähm, Range kann wir eventuell auch ein bisschen erhöhen. Ähm, Radius, Unterhaltungsradius machen wir mal auf 800. Müsste man eigentlich global machen. Kann man das global machen? Weiß ich gar nicht. Unterhaltungsradius 800. Es ist global. Nice. Sehr cool. So, dann ist die Schule, Grundschule in der Stadt 1100, da sind jetzt 13 gerade drin. Das ist eine gute Klassengröße, muss man sagen. Wenn ich die heutigen Schul- oder Klassengrößen mir angucke, ist das schon krass, muss man sagen. So, in dem Bereich werden wir auch so Läden hinmachen, weil das ist ja laut, ne, dürfen wir nicht vergessen. So. Ah, ich glaube hier gegenüber machen wir noch einen Park oder so hin. Brauchen wir halt auch hier, sind nirgendwo Parks. Nummer 1, ein Karussel noch. Ein Karussel Crow. Na, okay, der war dumm. Ähm, Hüpfburg. Ah, der ist halt ein Hüpfburg dahin gebaut, ne? Ich will ein Karussel. Oder habe ich den ja gar nicht? Alles gut. So, Hüpfburg. Schön vorne an der Kreuzung. Ansonsten alles gut, ne? Hier fehlen noch ein paar Parkplätze hier vorne. Die meckern hier. Also, was heißt die meckern? Die wollen halt Parks haben. Aber Parks sind halt dumm im Industriegebiet. Außer wir machen hier so einen relativ großen Park hin. So einen Platz oder irgendwas anderes. Eine Statue. Warte, ist das? Platz mit Bäumen. Ja, den könnte man echt hier neben machen. Das ist noch okay neben der U-Bahn, ne? Wenn da steht, noch 30 Minuten, kann man hochgehen, ein bisschen chillen. Finde ich ganz okay. Ist auch freies Wähler. Ne, keine Ahnung. Und so. Einfach mal sagen. Einfach mal irgendwas behaupten. Das ist immer ganz gut. So, machen wir mal schneller. Achtet auf die Einwohnerzahlen. Tut sich noch nicht viel. Aber Overtime ist das, glaube ich, krass. Hier machen wir große Gebäude hin. Overtime. So, große Einkaufsläden zusammen. Parks können ja auch noch zwischen noch rein. Das machen wir auch nochmal groß. Hier, das ist eine kleine Straße. Dann machen wir mal jetzt die hin. Ähnlich wie da. Und hier. Jetzt mache ich das schon so ein bisschen wie in Cities 2, ne? Mit den Gebieten. Was jetzt nicht schlecht ist. Ja, hier ist immer noch voll viel Luft drin in der Mitte, ne? Da müssen auf jeden Fall noch richtig viele Bäume rein. Da werden wir mal in Kürze den Baumpinsel benutzen. Ne, warte da nicht. Sorry. Direkt die rechte Maul ist da abgebrochen. So, ja. Sieht gut aus. Bibliothek. Top. Da könnte man noch etwas anderes hinbauen. Wenn wir jetzt da nochmal... Warte, wir nehmen mal eine Straße. Ohne Markierung. Hatten wir da auch mal irgendwo, oder? Hier. Ne, das sind gewöhnliche Straßen. Hier wird keine Straßen ohne Markierung. Oder war das eine Mod? War das Network Extensions? Ah, es gibt halt die, ne? Das ist eine Parking. Oh, was ist denn, wenn wir jetzt hier den Parking-Gedöns reinbauen? Ah, das ist immer so schwer. Das ist immer so schwer mit diesen großen Parkplätzen, ne? Ich gucke einmal ganz kurz. Warte, wenn wir die Spitze nehmen, zurückziehen. Und dann auf Parkplätze. Wo waren die jetzt nochmal? Oh nein, ich hab's vergessen. Ne, hier. Ah, ist halt... ... sehr wenig. Sehr klein. Oder wir ziehen durch. Warum sind denn da jetzt mal Wohngebiete? Sollen wir die mal wegmachen? So, die Wohngebiete da mal weg. Da auch. Das kann eigentlich bleiben. Ah. Also die Parkplatz-Mod fand ich mal geiler. Jetzt sind wir so ganz geil. Ach, guck mal, da entstehen die Dinger. Warum sind das denn zwei? Passt schon. Dann steht, glaube ich, einer auch auf dem... Ne, das ist blöd, oder? Man kann sagen, dann steht hier einer hier auf dem Seitenstreifen. Wow, den kann ich jetzt aber gut anklicken. Da war er. Einfach ein Pixel. Na, lass uns erst mal so. Vielleicht ja ganz geil. Müssen wir mal schauen, wie es sich verhält. Und wir können mit der Straße vielleicht nochmal... Ich wollte gerade sagen, hier würde er rausfahren, ne? Ah, warte. So. Dann zurückziehen. Das können wir lassen. Wir können hier um der... Oh, um der... Um der Schule rum. Können wir nochmal den hier machen. Ah, ich weiß. Ich mag den Asphaltpinsel. Aber das passt halt auch gut jetzt da rein, ne? Darf man nicht vergessen. Gibt es einen Brunnen? Was heißt Brunnen? Zink nicht, ne? Was ist denn Zink? Wissenschaftliche... Brunnen heißt das ja nicht, ne? Doch, es heißt Brunnen. Nein, es heißt Brunnen 1. Gibt gerne so einen einzelnen Brunnen. Hier sowas. Der heißt echt Brunnen. Krass. So klein... Oh, neumodischer Brunnen. Es passiert noch nichts, aber ist egal. Dann nehmen wir noch Food. Und es gibt ja sogenannte Food Trucks. Oder einen Grill. Oder einen Food Truck. Food Truck 2. Wo es nur das ganz gesunde Essen gibt. Ich finde die manchmal auch... Ich weiß nicht, wer mal in Amerika war. Da finde ich die echt manchmal sehr weird, muss man sagen. Weil man hat hier vorne ein ganz kleines Fenster. Na, der ist gar nicht so. Also das kennen wir ja. Da ist so ein Theke. Da kannst du gucken, was du möchtest. Dann bestellst du. Dann siehst du auch, was er macht. Und es gibt solche Busse, die haben hier ein Fenster und da ein Fenster. Hier bestellst du. Dann passiert irgendwas da drin. Und dann bekommst du hier dein Essen. Du siehst aber nicht was. Also ist auch in Ordnung. Aber wollte ich nur mal gesagt haben. Und kann man jetzt nicht... Warte, wir probieren weiter. Es gibt ja... Warte, kann man das... Das ist, glaube ich... So eine Art Park, wo die sitzen können, oder? Also das heißt Park. Ist halt eine... Parkbank. Aber da sollen Leute sitzen, theoretisch. Und hier ein Park People Generator. Was ist denn, wenn wir die hierhin machen? Wir probieren es aus. Kann sein, dass da jetzt Leute fahren. Bring people to your customs parks. Okay. Theoretisch können da Leute sitzen. Da und hier auch. Das ist jetzt so ein Test, ne? Hör mal. Währenddessen haben wir das hier. Warte mal, da können wir aber auch nochmal ganz gut unseren Asphaltpinsel nehmen, oder? Das wäre so ein Ding, weißt du? Ja, heute machen wir Wohngebiete. Peter hat ganz seinen Pinsel in der Hand. Ja, das kann man auch falsch verstehen. Aber alles gut. Bis zu dem Weg. Straight rüber. Da packen wir jetzt mal einen Baum hin, weil es so schön ist. Der ist ganz cool. Der ist halt auch groß. Ja, kann man, kann man nehmen. Ich hoffe, da parken auch irgendwann welche. Ah, da packt doch schon einer. Perfekt. Okay, das ist soweit fertig. Hier fehlt es natürlich noch an so ein paar Gebieten. Aber die Leute wollen halt Wohngebiete haben, ne? Ich habe hier extra mal so ein bisschen offen gelassen, beziehungsweise offen gebaut, weil ich da kleinere Wohngebiete haben wollte. Die sind echt nur zum Style, ne? Da wohnt so gut wie keiner. Aber was soll man denn machen? Also warte. Hier vorne können wir ein paar kleine Geschäfte hin. Zumindest hier, da wo die U-Bahn ist. Und hier vorne nochmal ein paar Wohngebiete, ähnlich wie da. So, um die U-Bahn rum sind Geschäfte. Und da machen wir nochmal kurz die Dinger hier hin. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, realistischer. An solchen Schienen sind halt nicht unbedingt so Einfamilienhäuser, ne? Aber so große Bauten sind da schon. Kennen mich aus. Weiß nicht, wer Essen Steele kennt. Da ist so eine... Da ist fast genau... Ne, nicht da dran. So ein Hochhaus steht hier. Da ist ein Parkplatz runter und das steht einfach dann da. Und da fährt dann eine Bahn vorbei. Ganz normales Ding. Hat sich auch noch nie einer beschwert, dass du laut bist. Ist einfach so. Das wäre eh witzig. Ziehst da hin und sagst so... Boah, irgendwie ist das laut. Erstmal Beschwerdestelle anschreiben. Das ist aber komisch hier. Das ist echt laut. Komm, wir machen mal hier an der Hauptstraße. Ne, an der Hauptstraße will ich das nicht. Da sagen die immer es laut. Genau das. Machen wir hier so ein paar Büros. Da auch. Büros in die Richtung. Über die Brücke. Warte mal hier vorne. Aber noch ein paar gediegene... Genau. Gediegene Gebäude hier. So. Da ziehen die alle ein. Steht auf schnell. Ja genau. Steht auf schnell. Ich denke mir immer so. Warum ziehen die denn nicht schneller? Aber gut. Meine Spielgeschwindigkeit ist auch ein bisschen reduziert. Ist ja nur laut, wenn da viele herfahren. Gibt es eigentlich auch Fahrradwege und... ...Bäume? Platz wäre ja, ne? In der Mitte die Bäume. Am Rand die Fahrradwege. Vierspurige... Ah ne, das ist eine Monorail. Monorail, Monorail. Breiteallee mit Gras. Straßenbahn. Oh, vierspurige Straßen mit dekorativen Zierbäumen und Fahrradwegen. Oh mein Gott. Räume müssen wir mal gucken. Da passen wir die auch irgendwann mal an, ne? Weil die kann man ja theoretisch auswechseln. Indem man mit einer Baumsorte da drauf geht und klickt. Geht bei zwei leider noch nicht. Aber irgendwann geht's ab bei zwei. Und dann wird jeder sagen... Erster Teil? Was? So, dann nochmal in die Richtung. Oh nein! Ach man, das ist scheiße. Aber zum Glück haben wir den Picker. Oh, warte mal. Hier sind auch noch ganz viele Gebiete frei. Das hab ich extra so gemacht, dass man hier diese Gebiete reinkriegt. Mit dem Park in der Mitte. Richtig geiles Ding. Und mir fällt gerade ein, wir haben bisher noch keine Post. Das wär eher ein Industrie-Ding, glaub ich. Aber trotzdem, bevor wir nachher da stehen und sagen... Oh scheiß, wo bauen wir denn jetzt die Post hin? Können wir das doch lieber jetzt machen, oder? Na, warte mal. Da nehmen wir jetzt mal den hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, lasst uns die Leute einziehen. Oh, warte mal. Post hab ich gerade gesagt. Industrie. Postsystem. Postamt. Ah, ja, das muss man mal machen hier, glaub ich. Oh, das ist laut, warte mal. Einfach lautes Postamt. Finde ich sehr unrealistisch. Dann kann ich das ja hier immer neben den U-Bahn-Haltestellen machen. Aber das ist ja viel lauter als alles andere. Ah, passt schon, ne? Oder wir machen so... Weil eigentlich ist das nicht laut. So. Brandgefahr. Ah, ja, genau. Jemand fragte, wenn ich den Radius der Feuerwehren hochsetze, warum ich da nicht die Anzahl der Fahrzeuge erhöhe? Das ist keine Feuerwehr. Wo haben wir denn die Feuerwehr? Ah, hier. Ne, auch nicht. Feuerwehr. Feuerwehr. Ja, geht jetzt gerade nicht. Äh, finde ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber ich kann auch einfach auf Feuerwehr klicken. Trick, Trick 17. Hier. Warum ich denn dann nicht den Radius oder die Anzahl der, ähm, Feuerwehrfahrzeuge erhöhe? Ähm, klar ist das vom, vom Gedanken her schon schlau. Aber ist halt absolut Quatsch, weil die Dinger fahren nur raus, wenn es irgendwo brennt. So, und das, keine Ahnung, 20 Brände gleichzeitig am Start sind, dass dann jeweils immer zwei Feuerwehrautos da hinfahren. Äh, die Chance ist halt nah bei Null. Beziehungsweise ist die wahrscheinlich unter Null. Geht halt nicht. Und deswegen kann man das auch einfach lassen, die, äh, Anzahl der Fahrzeuge. Wir haben zwar den Radius erhöht, aber die Fahrzeuge lassen wir. Weil ihr seht gerade, selbst bei, bei Polizei passiert halt nicht viel. Und man muss dazu sagen, durch die Realistic Population Modification und die anderen Modifikationen, die ich hier drin habe, ist die Verbrecherrate eh so ein bisschen geringer, weil die Anzahl der Einwohner sonst so krass wäre, glaube ich. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, ne? Oh, da fällt mir was ein. Können wir nochmal ganz kurz hier reingehen? Verkaufen! Obwohl, die, die sinkt gerade. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Die steigt. Das ist, by the way, aber kein regulärer Aktienkurs links, ne? Das ist vielleicht Bitcoin, aber Aktien eher nicht. Warte, ich verkaufe die jetzt? Mit ordentlich Verlust? Ah ne, ich hätte dazukaufen sollen, wäre viel besser gewesen. Davon kaufen wir alle. Davon kaufen wir, ja nicht, doch alle haben wir gekauft. Davon können wir nicht alle kaufen. Aber kann ich jetzt upgraden? Kann ich immer noch nicht, warum nicht? Wie viel Gewinn brauche ich da? Noch knapp 90k, ne? Verkaufen. Und aufwerten. Oh ja, da sind wir doch. Ui, 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 ui. So. Jetzt können wir Krypto kaufen. Immer ran damit. So, Krypto gekauft, Maximum. Und jetzt können wir, beziehungsweise können wir, konnten wir auch vorher Banken bauen, ne? Bank bauen, ne? Polizei. Ah, guck mal, ich hab Natural-Desasters drauf. Mach ich eigentlich eher weniger, seltener. Genau, das ist nur relevant, glaub ich, bei solchen Sachen. Deswegen mach ich hier mal ne Bank rein. Okay, warte. Kann nicht auf dieser Straße, muss echt an der echten Straße? Das ist aber krass. Das ist aber krass, du. Dann mach mal das hier in der Ecke. So eine große Bank vielleicht? Oh mein Gott, die Range einfach. Einfach die Range. So, reduziert die Kriminalitätsrate in Gewerbegebieten durch den sicheren Geldtransport mittels Geldtransportfahrzeugen. Letzte Woche abgeholtes Bargeld. Und wir können hier noch das Design entscheiden. Rund, eckig oder spitz. Wir nehmen eckig. Das ist gerade in diesen Wand- und Wandgebieten ganz gut. Nicht genügend Verkaufswaren. Das kann man im Übrigen ändern, indem man Importbahnhöfe baut. Dann kann man importieren und dann hat man auch genügend Verkaufswaren. So. Wir haben verhältnismäßig wenig Neueinwohner dazu bekommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind noch relativ kleine Gebäude. Die müssen jetzt mit der Zeit abgegradet werden. Was auch passiert. Und wir müssen halt gucken, dass alles in der Range ist, was diese Gebäude brauchen. Wie zum Beispiel so eine kleine Arztpraxis hier noch. Damit wir hier überall alles grün haben. Können wir ruhig mal machen. So. Dann vielleicht noch ein Verbrenner. Na, wo bauen wir den denn hin? Da bräuchte ich eigentlich auch mal einen größeren Verbrenner. Ich glaube, den bauen wir einfach mal hier hin. Na, obwohl hier ist immer noch nichts. Okay. So, da sind die Verbrenner am Start. Abdeckung. Obwohl, da müssen wir eigentlich auch ein bisschen die Range erhöhen. Da können wir noch eine Sauna machen, damit die fitter werden, die Leute. Ja, und da muss er halt gucken. Feuerwehr. Alles gut. Polizei. Ah, da ist Bank. Polizei ist auch alles in der Range. Hier vielleicht nicht ganz, ganz. da auch nicht. Weil es halt so um die Ecke geht, ne? Weil die so fahren müssen. So, 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 so. Ist halt immer der längste Weg. Okay. Trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben einiges in diesem Gebiet gemacht. Wir haben sogar mehr ausgemalt, als war wahrscheinlich als befüllt ist. Das muss jetzt mit der Zeit einfach passieren. Und ihr seht auch, wir haben Nachfrage nach Jobs und Bürogebiete, was hier auch noch ausgezeichnet ist. Es muss jetzt einfach weiterlaufen und ein bisschen reifen. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part von City Skylines. Dankeschön. Tschüss.